hallo maximilian hallo ja ich grüße dich also dass die dritte version die wir jetzt machen von dem von dem spiel irgendwas hat mit den einstellungen nicht funktioniert eben kannst du mir sagen was das war die tastatur irgendwo auf einmal ging sie nicht mal was auch immer am arsch also nicht also blödsinn okay also was haben wir vor zehnminütiges zwölf dreizehnminütiges video über eine map die uns gut gefallen hat anlässlich von diversen anfragen wo leute uns geschrieben haben die wir als abonnenten haben die haben gesagt warum macht ihr kein minecraft video okay haben wir gesagt okay wir suchen uns eine map raus die uns persönlich gefallen hat richtig ja so starten ja okay jetzt im dritten mal mach hin da oben hier okay also hier ist die terrorist und zu ausgewählte weltspielen version 1,9 ist das 1.9 1.9 was los müde dritte version was denkst du denn okay alles klar so da geht's los schon wieder okay wir waren schon drei oder vier mal hier und irgendwie hing das ding jetzt okay jetzt schwimmen jetzt einfach mal hier runter weißt du das blablub vielleicht lag es auch daran vielleicht habe ich Wasser geschluckt und deswegen hing die tastatur ab okay also nochmal wir mit noch mal ein bisschen was wir eben schon gesammelt haben also wir gehen jetzt nicht auf diese englischen begriffe hier rein oder was auch immer was da informiert wird ihr könnt sehen da kann man drauf drücken scheint die musik so immer drauf drücken das kannst du ruhig machen dass das geht ja nicht so nochmal drauf drücken na okay alles klar hier kann man so speck da sieht man info von den ganzen darsteller das ressourcenpaket darin nein draufklicken das heißt also hier könnt ihr die map einstellen 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 okay da gehe ich auch nicht drauf ein hier da könnte gucken wie ihr könnt euch einfach die map selbst runterladen wir zeigen euch die map einfach nur ganz genau wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen da kann man halt die wesentliche Einstellungen von der map treffen und hier mobgriffen oder auch immer hier ist irgendwas drin nämlich an allem schon so haben auch haben wir schon daran sehen wir haben es schon gemacht hier geht es wieder zurück und ab die Post wir sind wieder da und er fragt natürlich bist du wirklich sicher ob du alle Informationen gelesen hast das zimmer ja klickt diesen button mach endlich okay so auf geht's vor langer langer Zeit gab es drei Fraktionen der Villager die Neutralen und die Zomben also ich hab dir ja eben schon mal zweimal erzählt ich finde das einfach nach wie vor affenartig gut ist wirklich gut gemacht also das sind drei Fraktionen halt ihr habt das hier schon unten im Chat gelesen ja die einen sind die Neutralen ja dann gibt es noch die Fraktion der Tiere das sind beispielsweise Schafe okay und die Zombies das sind die Monster und die haben ein Abkommen getroffen das sieht man auch hier gerade ja genau da oben da unten steht es auch schon ja die Rassen haben ein Abkommen getroffen dass sie untereinander Frieden schließen äh echt jetzt man versucht ja auch halt den Frieden zu bewahren was man jetzt auch hier sieht da oben da sieht man guck mal da der Enderman der kümmert sich der spiel macht alles mit dem Dorfbewohner der Dorfbewohner nickt ganz komisch der hat irgendeinen komischen Tick keine Ahnung ähm und der Enderman kümmert sich halt um die ganzen Sachen vielleicht hat ihr auch einen Wackelkorb kann ja sein dass der Dorfbewohner der Hals der Hals nicht richtig oben festgemacht ist von dem Dorfbewohner und wenn er nicht wackeln würde wäre der runterfallen kann auch sein also ich meine jetzt und äh okay aber das war den ganzen Monster nicht genug und dass die haben immer ihre Probleme in jedem Tag das ist einfach so und daher schließen wir alle finden und brachen den Pakt und wollen so zu Feinden also also dass das sieht man auch hier jetzt wunderbar sich zur Sache glaube ich sogar ne jetzt greifen glaube ich dann irgendwelche um guck mal hier das sind Skelette das sind andere mein Blitz ja die die okay also das ist auch gerade der Übergang der okay aber das hier ist der Beginn unserer Reise okay und der Geschichte natürlich auch steht ja hier das heißt also der Exil hier mit dem sind wir zusammen aufgewachsen mit dem sind wir aufgewachsen der erinnert mich an Microsoft Office Excel haha wie Word weißt du Exil hätte man natürlich auch einen anderen Namen geändert haben so zum Beispiel äh Jan Jan wäre schon der Name gewesen nein nicht jetzt ne okay war nicht okay also wie es ja wohl schön stand also der Schuhmodus wurde zum Überlebensmodus geändert okay genau also wir sind halt mit Exil zusammen aufgewachsen und äh der ist halt unser Freund sein unser Kumpel unser Bekleinter irgendwie ne müssen wir hier irgendwas mitnehmen was meinst du Kiste Kiste aufmachen und den ganzen Kram einpacken Apfel Apfel aber auch den Fackeln oder klar ja entschuldige bitte Mann also jetzt das den dritten Mal geht das nicht mehr so ihr hättet jetzt einfach äh sehen müssen wie der sich da angestellt hat wo ich mich verklickt habe hier aber wir können auch die Bilder abhängen hier also wir haben ja nicht okay nichts kaputt machen ich packe ich gar nicht mit mir okay auch nicht nichts kaputt machen das mitnehmen hier um einen Ofen rein zu wissen um ab das ist die Gäste ja guck mal wenn ich nicht gucken würde Kohle Hallo da ist nichts drin weißt du doch nicht da ist jemand wenn ich immer wissen das ist wenn es mit einem Skinsicht gerade mehr als Mann ist das Paket ich stehe guck mal das ist Max ich jetzt gut machen er hat sogar mit Scherp auch noch Augen. Okay, ist die Scheiße. Okay, soll ich Tür aufmachen? Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der Alien? Er scheint. Da ist er! Ey, geil, Lomatico, da ist er. Hallo, Kumpel. Hallo, hallo. Ich glaube, den mag ich gleich nicht mehr. Hallo, hallo. Kann man das draufspringen? Jetzt mach hin, ey. Ja, du bist ja das. Okay, jetzt. Entschuldige bitte, lieber Gott. Wir wollen die Maps vorstellen, nicht irgendeinen komischen Enderman. Ah, äh, du weißt. Ähm, Domo ist ein Evo and Home. That's very strange. Also, Domo ist sozusagen unser, ähm, unser Kumpel, unser Bekannter. Oh, 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 ich glaube nie. Alle klauen jetzt wirklich ohne Quatsch. Mach. Okay. Hören das noch? Nö. Kuchen. Bringt nichts, es ist ein Kopf. Nee, hier guck mal dran. Kuhle. Nichts. Nichts drin. Hier drin? Das ist wieder dieser Mann, guck mal da. Jetzt machen. Entschuldige bitte. Oh, Gott, normal. Leute, ihr wisst gar nicht. Ihr müsst doch mal zurückgehen. Ihr müsst doch mal zurückgehen. Da ist der Aldi. Da ist er wieder. Guck mal. Au, 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 au. Der haut mir. Maxi nicht hauen. Ihr wisst, ihr wisst gar nicht, Leute, wie es nach dem Dritten mal scheiße ist, diese Mann. Ja, also. Wenn da einer nicht sofort da hin geht. Okay, äh, 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 willst du jetzt übernehmen? So, er guckt mich schon so vorn an nach dem Motto. Darf ich dem wenigstens bis hier unten hingehen? Kannst doch von mir aus das Dorf gehen Oh, scheiße Spoiler, sorry Okay, macht da nix Äh, da war der Ball und was Ich gleich mich mal an, um die Ecke Guck mal, hier kann man auch noch ein bisschen was holen Nein, kannst du nicht Du sollst da stehen bleiben Du sollst da stehen bleiben Echt jetzt? Hier vor allem Nicht englisch Ich will hier raten, mal gucken, was hier drin ist Guck mal, das mit der der Kleine Also Nix drin Leute, lasst nix lang für den Typen da Nein, 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 bitte Oh, die Leute, komm, schreibt der Jan ist so lustig und so lieb Und alles drum und dran Küsschen, Endement Oh, oh Also, hier hat sich nicht was jetzt gehabt, der Endement Hey, erklärt Du hast Mundgeruch Okay Darf ich jetzt mal nicht verfahren Ja, bitte Ich erkläre euch nochmal kurz die Story Und ein Hund Au, au, au Ja, erzähl Ja, erklär ich jetzt mal die Story, was jetzt passiert Wir und Exi haben die wichtige Aufgabe, eine Gruppe von Monstern Also Zombies und Skeletten und was weiß ich noch wen Aufzuhalten Und deswegen werden wir aus den, äh, Doorfighter rausgekickt Na, echt jetzt? Ja, wir werden verbannt Nee Das passiert, das wirklich so Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Aua Komm, dann übernimmst du das mit zu Oh, das ist das denn mal die Idee Der nicht auf Da, da habe ich jetzt wirklich Schiss Also, das ist ja Das ist ja, das ist ja Das ist ja, das ist ja Du, aber Oh, er hat sich mit Knie verknackt Oha Ja, so ein Scheiß da Oh, guck mal jetzt 1, 2, 3 Hallo Hallo Ah, das ist ja, das ist ja mein Schien hier Ja Lord Buddle, der Skin Ey, hast eine, ähm, hast einen schönen Klumpen da, weißt du Ja, ja, der ist krank Äh, Enderman ist krank So, und was musst du jetzt hier machen? Ähm, Moment, erst mal Ihr wisst ja sicher alle Leute, Endermans mögen kein Wasser Hat man auch gesehen bei Regen im normalen Minecraft Hier hinten habe ich schon ein Secret gefunden, Abschuldigung Der fuhre ich mir mal kurz weg Ähm, die Map ist auf, äh, normalerweise vier Spiele ausgelegt Ja, vier, also du kannst, also theoretisch kannst du im eigenen Laden zu Hause, Heimnetzwerge oder was auch immer Oder auf einem, äh, oder Fairway Nur, das ist Fairway, könntest du natürlich mit vier Leuten spielen, gar kein Problem, ne? Max von Kaffee Ach, Max, der ist doch keiner, der Enderman ist doch nix Und jetzt? Der holt doch das Zeug wieder mit, da Hühnchen Hühnchen Hühnchen, kannst du Hühnchen nennen? Oho Das hat ein Ei gelegt Wenn du jetzt Gegen den Kopf Oh Der ist ne, der ist ne, der ist ne stinkig sauer Der Enderman, wenn du so ein Scheiß machst Guckt euch das an, Leute Wie guckt euch das an, du hast das in bedurrt Und jetzt? Du hast kein, kein Schwert Kannst du mal ein Schwert besorgen oder irgendwas? Hab genug Muckis, der fiel Ach, Muckis Ich schieß da muss ein blödes Ding da ab Und ihr seht auch recht immer, Leiste jetzt bereits Essenz 1 Pro Monster Care, also habe ich jetzt festgestellt Bei Zombies 1, bei Skeletten 1 und bei den Resten, glaube ich, die Kiste Ja, verschiedene Die sind ziemlich overpowered bei einer Einzelnen, weil die, weil man halt die Ja, redet so lange, mach mal Ja, ich sag jetzt einfach mal Ähm, in einer Einzelnen hat man ja halt Ah, komm, jetzt kann ich noch was sagen Ja, aber die, 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 die Labe ist ein Quatsch Die, die Labe ist aufzündig, wenn das schon alles Eine Quatsch, Entschuldigung, Max, Entschuldigung Gut, wir haben es schon mal bis hierhin gespielt Das ist doch mal Im A1-9 gibt es ja die Regel, dass man warten muss, bevor man zweimal schlägt Also einmal schlagen, halt warten Aber mit diesem Schwert, das hat, wie viel war das nochmal? 1024 Angriffsgeschwindigkeit Okay Das annulliert diesen Effekt Daher kann man auch spamen Das reduziert oder Annulliert 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 Okay Okay Hier haben wir halt nochmal das hier Was ist das? Boah, was ist das? Amtere Okay Na, so gut Jeder, der Englisch kann, weiß genau, was ich gesagt habe Look what I found, friend Da kommt die Dinger wieder Diese Komi in der Ah, lass die kommen Ja, bis auf Tag, wenn man muss die verbrechen oder bin ich du? Ähm, Moment, da hinten ist mir ruhig, da hinten ist mir ruhig, da hinten ist mir ruhig, da hinten ist mir ruhig Äh, nö, klappe, Jens Lass mich spielen Hm Deswegen, guck mal Was geil ist daran? Ja Die kämpfen jetzt gegeneinander Okay Die Monster haben auch eine andere KI bekommen Achso, eine KI heißt für diejenigen, die ist ein bisschen künstliche Intelligenz Stimmt's? Ja Und ich renne jetzt einfach mal durch Okay, alles klar Dann schieße ich genau auf Dann wisst ihr natürlich auch, die diese Videos gucken Oh Wisst ihr natürlich, was das heißt Aber ihr seht natürlich, wie ich auch Ich guck nämlich dem Maxi nur zu hier Und mach dumme Sprüche Dass der gleich kaputt ist, das Gefühl habe ich Überhaupt nicht Was war das dann? Dann hat man auch eben bei den Regeln schon gelesen Habt ihr sicherlich Dass man, äh, nicht spawnen oder wo? Die ganzen Items verliert Aber du spawnst irgendwann wohin oder wo? Äh, du verlierst einfach nur Sends Rechte mal leisten die Währung Achso, also du bist nie, du bist, äh, du Okay, bist nicht kaputt Genau, und da ich das jetzt schon kenne, laufe ich einfach durch Oh, guck mal Leute Wir machen mal auf Ey, ein Ofen Das Kohle Ja, da ist noch mehr Kohle Genau, Treasure abtankt Und warum holst du nur ein, 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 ein Kleidungsstück? Weil ich nicht mehr brauche Achso Und außerdem finde ich das unfair, weil das für vier Spiele ausgelegt ist Achso Ja, ne, das ist ja richtig so Ne, ne, ist ja richtig Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht Also das heißt, wenn ich jetzt mit dem anderen, äh, da reingehe, dann kann ich mit dir da die anderen killen, stimmt's? Ja Ja Richtig Äh, was macht das? Die sehen lustig aus Er hat aber keine Schuhe an, ne? Okay Apfel Ne, Apfel Guck mal, jetzt, jetzt, geht's kaputt So witzig Warum jetzt erst Nein, 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 nein Du brennst, würde ich sagen, ne? Ich muss in die Höhle Ah, ne, doch nicht Du brennst Nicht mehr Also nicht mehr So Leute, aber, mh Jetzt verabschieden wir uns auch, glaube ich, schon von Dieser Map fürs erste Mal Ähm, das war jetzt einfach eine kleine Vorstellung, einen kleinen Vorgeschmack darauf Für diese Map Also wie gesagt, also, was mir wichtig ist, ist folgendes Es gibt unheimlich viele tolle Maps Und, äh, wenn ihr die spielen wollt, sagt ihr einfach Bescheid Oder wenn ihr die euch mal anschauen wollt, wenn ihr sagt, okay, also, komm, mach mal ein kleines Video Oder was auch immer darüber Dann stellen wir euch gerne verschiedene Maps vor Wenn ihr uns, sah man, einen Vorschlag reinmacht oder was auch immer und sagt, okay Spielt die mal kurz oder was auch immer Äh, wir werden natürlich jetzt nicht hingehen, werden so eine Map, äh, ich sag mal, komplett durchspielen Dafür ist es zu langweilig, finde ich Finde ich jetzt mal Man kann die bis zu ein bisschen gerade spielen, okay Wenn es zum Beispiel Rätselmaps, gibt es ja so Rätselmaps Wo machst du die alle jetzt weg da? Ich fand das gerade schön Achso Aber vielleicht wäre das irgendwo wichtig näher gewesen, dieses Feuerwerk Äh, normalerweise sollte man ja noch gar nicht in das Haus rein, äh, da ist einfach nur Achso Auf jeden Fall Hier ist der liebe Exil Und, äh, ich mach das jetzt einfach mal so Ich fand das gerade schön Okay So, ich schneide mich jetzt mal hier hin So Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Okay, ich sag dann auch mal Tschüss, tschüss Tschüss Ah, Hilfe Ha!